Willkommen zum nächsten Video. Es geht hier um eine Klausurbesprechung und zwar Frühjahr 2021, Aufgabe 2. Umlaufvermögen und beim Umlaufvermögen sollte zum einen gesagt werden, wie es national handelsrechtlich geht und national steuerrechtlich, aber auch Aufgabenstellung C, wie es denn international handelsrechtlich hier klappt, das heißt wie nach IAS bzw. IFRS bewertet werden muss. Und genau, ich verlinke euch das Video dazu, das Video zu der Eingangsaufgabe, wo ich also Ansatzausweisbewertung hier vollziehe und damit Aufgabenstellung A bespreche. In der Aufgabenstellung B hatten wir latente Steuern hier gemacht, so wie in der Klausur verlangt gewesen und jetzt Aufgabenstellung C soll sich dann drehen um die Vorratsbewertung nach IAS, IFRS. So, und da haben wir doch, wenn wir den IAS 2.9 aufschlagen, zunächst mal die generelle Vorschrift, Vorräte sind mit dem niedrigeren Wert aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Nettoveräußerungswert zu bewerten. Uh, Vorräte also bewertet nach dem Minimum aus AKHK, Anschaffungs- oder Herstellungskosten und dem Nettoveräußerungswert. Je nachdem, welcher Wert hier also kleiner ist, wird der geringere der beiden Werte genommen. All right. Sehr schön. Und Fakt ist dann, dass dieses AKHK, dass diese Anschaffungs- oder Herstellungskosten jetzt nach 2.23, dass man da gucken muss, nach 2.23, in austauschbar oder nicht austauschbar. Sind also die Vorräte, die wir besprechen, austauschbar oder sind sie es nicht austauschbar oder sind die einzelnen Vorräte nicht austauschbar? Das muss man nach 2.23 hier dann mal entscheiden. Austauschbar. So. Und wenn sie nicht austauschbar sind, dann ist es nämlich so, dass die Einzelbewertung hier Vorrang erhält nach dem, was dort steht. Nämlich, genau, nach 2.23. Nach 2.23 dann Einzelbewertung. Einzelbewertung für nicht austauschbares Vorratsvermögen. So. Und dann steht dort in 2.25 hier AKHK von Vorräten, die nicht in § 23 behandelt werden. Also solche, die nicht unter die Einzelbewertung fallen, die folglich nicht nicht austauschbar sind, sondern austauschbar. Da muss man dann gucken, dass hier First in, First out oder Durchschnittsmethode richtig ist. Also nach 2.25 IAS 2.25 haben wir First in, First out und aber auch die Durchschnittsmethode, die Durchschnittsbewertung, was hier richtig ist. So. Das heißt, dass wir zwei Möglichkeiten haben und zwar bei den austauschbaren bisschen. So. Jetzt habe ich es nach oben gescrollt. Jetzt dürfte es lesbar sein. Und wir haben also den 2.25 hier und den 2.9 und aber auch den 2.23, der uns zunächst einmal die Einzelbewertung hier beschert hatte. Und wie merke ich mir das Ganze? Ich merke mir das Ganze immer so. Also HGB hat zwei Möglichkeiten. Zwei Möglichkeiten der Verbrauchsfolge, nämlich First in, First out und Last in, First out, FIFO und LIFO. Durchschnittsbewertung ist kein Verbrauchsfolgeverfahren, sondern ist immer gültig. Durchschnittsbewertung ist immer möglich nach HGB, nach ESTG, als auch nach IAS, IFRS. Und HGB hat zwei Verbrauchsfolgeverfahren, LIFO, FIFO. Und ich merke es mir immer so, IFRIS hat ein F, so wie das Wort FIFO auch. Ich meine, ist zwar hier ein IAS und nicht ein IFRS. Das heißt, du kannst mir gerne vorwerfen, dass diese Merkregel so geil nun auch wiederum nicht ist. Also sie hat kleine Widersprüche, aber die merkt man nicht. IAS, IFRS hat ein F, genauso wie das Wort FIFO. Deshalb IFRIS, FIFO, internationale Rechnungslegen, FIFO. Und Steuerrecht, deutsches Steuerrecht hat dann nur LIFO, weil ESTG als auch IAS, IFRS nur ein einziges Verbrauchsfolgeverfahren kennt und aber hier das HGB deren zwei. So sieht es aus, so, nur so und nicht anders. Viel Spaß beim Lernen.